Vor circa einem Jahr habe ich hier die Frage gestellt, wer ist der beste Silberspieler Deutschlands? Warum? Weil ich selber Silberspieler bin und einfach wissen wollte, wie gut ich werden muss, um in welchen Gold reinzukommen. Und genau deswegen habe ich zusammen mit Joni und Max die Brees Go Wing & Masters veranstaltet. Ein Wingman-Turnier, nur für Silberspieler und mit allem, was dazu gehört. Hallo und willkommen zu Brees Go Wing & Masters. Und es geht nach Wärtschieb! Und der Ohr! Oh, du schaffst! Äh, drei hatte noch durch die Tür gebangt, natürlich. Die Drehs-Fauna warst schon so sechs Monate her. Was weißt du dir überhaupt noch von Max? Wir hatten super krasse Matches mit Overtime schon in der Gruppenphase und dann irgendwann das Halbfinale. Beide Teams mit ultra-insächlichen Klatsches. Es war unglaublich. Und danach, danach kam das Finale. Ein super geiles Finale. Eine Darstellung, was schmuffmend heißt. I'm excited! La 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 la, heute schieß ich einfach mal eben 2-0. Nach meinem Anmelde-Video im Mai hatten sich sechs Teams angemeldet, von denen jetzt noch zwei im Finale übrig sind. Aber wie wir hier hingekommen sind, erfahrt ihr in diesen beiden Videos. Jetzt geht es erst mal nach einem halben Jahr Verzögerung mit dem Finale der Bresco Wingman Masters los. Viel Spaß! Tredo Medo, Tredo Tragen, Pink und Numa DR und Pink und Tidoui im Grand Final in der Bresco Wingman Masters. Tidoui hier spielt einen ganz interessanten Spot hinten mit 3-0 bis runter. Oh, werden der Basis von Tidoui und kriegen den Nettung. Aber Numa-Fotis-Dash, oh, da kommt Medo von hinten. Nice, Herr Schatz. Holt Medo, ja, und Tragen jetzt gegen Numa. Numa Clestis, wow! Ich bin Max, zurzeit unranked in CSGO, normalerweise Silber. Ja, und ich bin Steini, aktuell leider Silber-Lite, aber auf gutem Weg zu Gold Nova. Und wir haben zusammen die Bresco Wingman Masters gecastet. Tragen mit der SG. Aber, nichts vergessen, Tidoui mit der AWP spielt jetzt sehr vorsichtig. Krieg aber... Krieg... Nee. Boah, Tragen! Wollbang! HW... 4 AP bei Numa. Das könnte wieder ein ganz kranker Klatsch von Tragen werden. Numa-Tier von Lang. Mit der... 4-A-1-S. Tragen spielt relativ nur am Spot. Das Gott, dann aber Tragen. Krieg den Herrschaft. Hi, ich bin Tragen, Gold Nova-Spieler. Moment! Sagst du nicht, es sei nur ein Turnier für Silber-Spieler? Wie kann da sich ein Gold Nova-Spieler einschleichen? Ja, ich hatte leider nicht genug Reichweite, deswegen musste ich auch Gold Nova-Spieler zulassen, um überhaupt 6 Teams zusammen zu bekommen. Und ja, ähm, sorry fürs Anlügen. Ich bin Tragen, Gold Nova-Spieler und hab mit meinem Bruder am Turnier teilgewonnen. Wir haben Cobblestone gepickt, da unsere Favoriten-Map, Vertigo, die wir in den Matches davor auch schon gespielt haben und auch rasiert haben, äh, leider gebannt wurde. Wer war denn für dich so der Nervigste vom Gegnerteam? Eindeutig Tilloui, da er ja auch von Aim, war ja extrem krass, also was er teilweise gerissen hat, es war wirklich anstrengend, danach noch, nach den Runden noch weiter im Game zu bleiben und nicht einmal direkt aufgeben. Eindeutig Tilloui. Beide auf der CT-Seite mit der Nova wird der erste gesehen, das müsste jemand gewesen sein. Und der jetzt piekt, ist er eigentlich tot. Boah! No, was die du jetzt meint, der geht auch nicht mal lang. Bei den Tilloui mit der Nova, weil er wurde von 3 gesehen und, äh, zeigt hier mal eben, was Movement heißt. Nee, der, der klatscht doch nicht mit der Luft. Der klatscht das nicht erst auf. Was? Ja, du bist... Eine Darstellung, was Schmovement heißt. So, muss man beruhigen und hinsetzen wieder. Hi, ich bin Tilloui und habe zusammen das Team Ping Hund mit Lumad gebildet. Wir sind als ganz schöne Underdogs in das Turnier reingegangen. Zurecht auch, denn ich bin unranked und spiele eigentlich keinen CSGO und er hat zwar 800 Stunden, aber die sind von vor ein paar Jahren. Was haben Lumad und ich von Corvison erwartet? Eigentlich, dass wir komplett auf die Fresse bekommen, weil nach Train und Lake ist es unsere schlechteste Map gewesen. Wir haben aber uns dann doch lieber für den Vertigo-Bahn entschieden, da wir zuvor von Trallen und Medo da schon echt zerstört wurden. Wer war für dich so der nervigste Spieler vom Gegnerteam? Definitiv Trallen, also mit seiner Scout immer geisteskrank, natürlich. Aber... Einen Gott, sternstarker Flick. Sehen wir nur noch Trallen, alleine mit der Scout. Auf einer sehr offenen Fläche und wir wissen, wenn der eine Scout hat und eine offene Fläche, dann... Nicht getroffen. Wir schießen jetzt, versuchen zu ballbank. Er flecht jetzt raus. Wenn er von links... Oh, der erste... Oh, er kriegt den ersten. Wenn Tilui jetzt von hier aus nach rechts geht, dann... Das ist gut fake. Er kriegt den Tag. Oh, 4 HP gegen 27 HP. Beide müssen einen Schuss hiten. Ja. Oh, 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 oh. Oh, zählt. Oh, irgendwie sind die nervösisch. Oh, Trallen. Wallbang! Sieht die Schulter, zieht nach rechts durch die Stadt. Also wirklich, Trallen. Boah, als der gerissen hat. Ultra viele Klatsches. Es ist kein Wunder, dass der Brie Gold Nova ist. Wirklich. Mit Tilui zusammen auf jeden Fall MVP vom Turnier, oder? Ja, gar keine Frage. Also, 100 Pro. Das ist mein Wiedertragen. Da hätte ich so... Boah, damit er erst schon mal... Da ist es glummert. So, und er weiß, wo Tilui landet. Trallen macht ganz haute Steps. Das wird gehört, wie das ganz Smart piekt am Händelbrunnen, piekt da schnell. Unglücklich, unglücklich. Es ist Trallen schon wieder im Klatsch. Flash ist raus. Hat auch niemanden mit der Name gebrochen. So, tatsächlich hat Tilui getötet. Ja, und jetzt ist es nur noch niemand. Da waren wir eine Runde, bevor Pink und unseren Pick gewonnen hätte. Was ich echt nie erwartet hätte, da ich Cobblestone gefühlt so abgespielt habe. Zwei Matchpreise für Pink-Rund. Wenn Tilui jetzt bei der Folge-Runde gewinnt, ist es auf jeden Fall Overtime. Aber wenn nicht, geht der Map-Pick von Team Tredo an Team Pink Gold. Oh, und jetzt Lumad und Tilui. Beide noch Full-Utility. Es ist das Duell von Medo ganz wichtig. Für Team Tredo. Trallen Spot. Kehrt der den Fekt nicht, aber Medo macht den. Oh, der Closer ist nicht. Aber ich habe beide gehitet eigentlich. Aber ich weiß nicht, wie toll. So, und jetzt Tilui auf 29 HP. Stark. Damit ist es 6 zu 9. Die erste Map. Die erste Map. Und dann hat auch noch Pink-Hund beim Pick von Tredo gewonnen. Dinger! Also, dass wir das gewonnen haben, hätte ich echt nicht gedacht. Also, das hat man auch im Clip gesehen, wie sehr wir uns dann gefreut haben. Cobblestone gewonnen! Oh mein Gott! Dass wir eine Map gewonnen haben, die wir überhaupt nicht konnten und auch nur 2-3 Mal bisher gespielt hatten. Die hat hier keiner auf dem Schirm vor. Das könnte sich zu einem richtigen Cinderella-Wall entwickeln. Wir sind gespannt. Also, das wird uns halt. Kurz zum Video-System. Wir hatten Best of 3 gespielt im Finale. Das heißt, 3 Maps. Wer 2 gewonnen hat, hat das Finale gewonnen. Jedes Team bannt eine Map. Dann pickt jedes Team eine Map und dann wird es wieder gebannt. Die letzte Map, die wir überlebt, ist dann die Sider. Würde das bedeuten, Tredo muss dieses Match gewinnen, damit sie noch eine Chance im Finale haben? Ja. Der jeweils andere darf dann auch die Startseite auswählen. Das heißt, Pinkhund hat jetzt Short Dust gepickt und Tredo hat dann gesagt, wir wollen gerne auf der T-Seite starten. Also, die T-Seite haben wir immer als erstes genommen. T ist schrecklich. Also, rein zu rushen und den Druck zu haben, dass du die Bombe planten musst. Deshalb wir immer T-Seite nehmen, damit wir das Schlimmste zuerst haben. Ja, unser Pick war Short Dust, weil das halt von Lumad und mir ganz klar die beste Map war. Wir haben halt am meisten auf dieser Map gespielt. Das ist Lumads Lieblings-Map. Deswegen habe ich mich da auch auf jeden Fall lassen, dass er da carried. Wir haben uns erhofft, dass wir den Sack dann direkt zu machen können. Short Dust ist ja irgendwie so eine blöde Map. Da finde ich auch sehr City-Side. Also, du brauchst ja eigentlich nur in den Raum drinnen bleiben und einfach nur diese drei Tunnel da abaimen. Also, Short Dust bitte nicht nochmal. Wir sind live Team Pinkhund gegen Team Tredo auf Team Pinkhunds Map. Team Pinkhund hat jetzt natürlich den Matchpoint in der Map. Wenn sie die Map gewinnen, ihren einen Pick. Dann sind sie die Gewinner des ersten. Grace, go Wingman Master. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja. So, was macht jetzt Traian? Also, er ist draußen, alleine, hat nur eine Scout. Oh, ein Quickscope. Ein, kann aber die Bombe legen. Das ist schon mal gut gelegt. Ah, Fakt. Fakt. Das bleibt zu verhindern. Jemand könnte jetzt wahrscheinlich von außen kommen. Ja. Mit der Cardinal. Das wäre natürlich ein krasses, krasses, äh... Boah, er hat sich... Oh, stark! Leide über Outside gegen Traian an der USP. Da kann er da keinen Headshot setzen. Oh, was? Traian! Das ist doch schon fast kriminell. Und Sidoim 1 gegen 2. Ja, und Medo jetzt. Riecht auf Medo. Und jetzt muss Traian wieder zur Tat streiten. Schon auf den One-Man, ja. Oh! Das ist doch was für Max, da. Max-7! Mensch, Traian! Ja, ich konnte meinen Augen nicht trauen. Endlich! Die beste Waffe in CSGO. Die Max-7. Immer wieder underrated. So geil, um Economy zu machen. Endlich hat einer sie gekauft. Oh! Du meinst, legt die Bombe. Kran versucht, mit der Max-7 durch die Box zu bangen. Schwierig. Auf jeden Fall, äh... Ja, nicht schwierig. Ich sage mal ambitioniert. Boah, ich kann jetzt die AK mitnehmen, wenn er will. Macht er einen. Oh, kriegt den ersten. Kriegt den ersten. Nimmt die AK. Rennt weiter, aber... Wenn sie jetzt diesen Punkt holen, dann, äh... Und dann geht's in die dritte Map. Dann sehen wir ein letztes Mal Overpass. Wenn ich mich recht entzünder, richtig? Dann sehen wir Overpass, richtig. Traian ist in der sehr, sehr nass-Pose. Die haben sie noch nie vorher gespielt. Das heißt, die wird wahrscheinlich unerwartet kommen. Ja. Niemand wird's geflasht? Oh, Traian ist von der Kiste runter. Warum? So was? Oh. In der ersten holt Numat Outside-Medium. Jetzt ist Traian wieder im Clutch. 1 gegen 2. Aber beide haben gut Damage. Heißt du denn, der Scout? Wie ich gesagt, das macht der. Okay, er weiß. Weil du auch noch schneller bist. Oh. Mann. Bei Tilloui ist jetzt das Problem. Wenn er reinrennt. Und planten will. Er ist... Oh, HP. Lebt die Bombe. Traian schießt durch. Traian gankt durch. Tilloui hält hier. Niemand hält outside. Tilloui kommt eigentlich durch die perfekten Engel. Oh. Oh, Hitshot. So, jetzt nur noch, nur noch Tilloui. Nein. Oh mein Gott. Was zum Teufel. Oh, und er kann durchziehen. Oh mein Gott. Ja, dann hat Tredus geschafft, dann den Pick von Pinko zu holen für sich. Das ist doof gelaufen. Wir haben den Shotgun leider verloren. Haben uns natürlich erhofft, dass wir da den Sack zumachen können. Wir waren so durch. Wir hatten sechs Stunden hinter uns. Sechs Stunden saßen wir hier vor und haben permanent geredet. Vor Overpass hatten wir dann wiederum Angst, weil das auch eine Sniper-Map mäßig ist, weil du da echt gute Spots hast, mit der Scout oder der AWP wieder zu sitzen. Traian hat ja bewiesen mehrfach, dass er sehr gut mit der Scout ist. Nachdem wir gewonnen haben, Short das, was jetzt kaum zu erwarten war, da die Nervosität so weit oben war, da wir ja gewinnen mussten oder es ging nicht weiter, haben wir natürlich einen Remi verlangt, da ich da mit dieser Nervosität nicht weiter klar kam. Also nach dem letzten Klatsch, letzte Runde, drei HP, grauenvoll. Also ich hätte nicht weitermachen wollen. Ui, was? Remis? Mir wäre es schon lieber, wenn wir jetzt mal wieder so mit Vamp aufspielen. Decider, Overpass, oder wenn die beiden keinen Bock mehr haben. Oder wenn die alle interkord damit sind, dass die unentscheidig machen. Wow, ich spreche gleich zusammen. Ja, wenn er so viel klatschen muss, dann äh... Ja, dann Tidou sagt, nein, wir spielen, dann spielen wir auch. Und dann geht es jetzt in die Nive-Round, auf dem Decider des Finales. Ja. Wir haben fast 9 Uhr, wir sind fast 7 Stunden am Steam. Wow, wir haben immer noch Bock. Ja, wir haben immer noch Bock. Oh, wie geht's? Jetzt. Die letzte Map. Wenn das jetzt dann auch doch ne Overtime ist. Alter. Lass dich aus. Wir müssen nur casten, wir müssen nicht mehr spielen. Du kriegst hier... Oh, wir machen. Jetzt, äh, Lumat. Lumat, 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 Lumat. Trall läuft da einfach durch und denkt sich, la 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 la, heute schießt ich einfach mal eben 2 um. Das ist es aus Händen. Richtige Rolle. Schießt mit der AWP. Schießt daneben. Lumat? Mach den zweiten Frack. Und jetzt hat Medo an den Weg. Kriegt den Headshot auf Lumat, so, und der bleibt ganz genau gut, wie du jetzt. Verschießt, verschießt. Oh, verschießt. Sollte einfach Bombe legen eigentlich. Ja, eigentlich Bombe legen. Oh, aber hat der, ja, Junge. Aber das ist eigentlich ein ganzer Spot. Glaubt, er sei immer noch beim Monster. Er guckt Short nicht. Er guckt nicht Short. Oh, bei mir nur ein bisschen Spray. Oh. Und damit ist es, ja, die vierte Runde für Team Pinkhund. Heilige Mutter dieses Mal, ja. Es sah gut für uns aus in der Halbzeit. 5-3 Führung. Jetzt mussten wir das nur noch in die T-Seite mit rübernehmen. Ist natürlich auf Overpass dann ein bisschen schwieriger. Vor allem gegen so ein starkes Team wie Tredo. Wir gehen in die Pistol-Round der zweiten Hälfte. Leicht entscheidend für den Ausgang, dieses ganze Team ist. Oh ja, oh ja. Oh, sie boosten, aber sie gehen über Monster, ne? Ja, sie machen es schon. Nein, äh. Einer geht nur über Monster. Oh, bekommt den Watschip. Ähnlicher HP. Frischen jetzt beide gleichzeitig. Also, ich habe das Spot. Oh, Timmy. Bekommt der einen Headshot von Timmy. Wie mir gefällt es, ist Tran's Sache. Oh, Timmy. Das kann jetzt spannend werden. Der Engel ist echt ekel. Checkt er, dass es die Spannung ist. Ja, er checkt. Oh, der Headshot. Das tat schon weh. Was, ich glaube, Tran? Hat ein Kit? Er hat ein Kit, ja. Er hat überhaupt gesehen. Ja, jetzt ist es auch zu spät. Ja, aber ich denke, Tilui schippt noch von der Runde. Ja, damit ist es die siebte Runde. Und wir Team Pinkhorn brauchen nur noch zwei Runden. Und die Baitsgabe, wenn wir Master zuwählen. Ja. Jetzt geht es mit der Glock voran. Vorwärts. Und er wartet Medo und Tran. Und Tran verspricht ja abzu. Eieieieieieiei, was macht der denn? Aber auch Medo. Schieß einfach durch, Junge. Hat denn Hit bekommen. Er könnte durchziehen. Er könnte aktuell durchziehen, ja. Nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Was der hinter sich auch? Ich glaube, das ist nicht. Er zieht durch. Das ist ein Fehler. Oh, auf Burst, auf Burst, auf Burst. Oh, das Timing. Eieieiei. So, und jetzt muss er rennen. Jetzt muss er rennen. Reicht es? Das wird richtig knapp. Das wird verdammt knapp. Das sollte reichen. Oh. Wuh. 7 zu 5. Alter Schwede. Wieder monsterwichtiger Klatsch, ey. Oh. In den nächsten drei Runden durften wir keinen einzigen Fehler machen, da sonst Pinkhorn gewonnen hätte. Und selbst dann, wenn wir drei Runden hintereinander gewonnen hätten, wäre das Match immer noch nicht zu Ende, da wir dann in einer Overtime wären. Und er gibt Trailen, die AWP. Jetzt geht es richtig ab. Jetzt hat Merkel gesagt, oh, wir müssen ein bisschen ernst spielen. Medo hat eigentlich einen guten Engel. Eigentlich haben wir ein perfektes Setup für genau diesen Push. Das ist halt spannend. Oh. Jetzt muss Trailen klatschen. Es geht um das Event. Oh. Kriegt die AWP. Ja. Jetzt ist nur noch. Und kriegt die AK. Kriegt auch Lumat. Ganz stark. Stark. Wir haben das Scout bei Lumat und die AK bei Tidui. Beide immerhin mit Vollrüstung. Oh. Wie Anak. Oh. Und er hat die Bombe. Es ist nur noch Tidui mit der AK überschort. Oh. Kriegt die auch. Die Trailen, die AWP in die Hand und ist... Monster-Performance, echt. Ja, wir haben drei Matchpoints verspielt. Team Tredo wollte dann auch einen Unentschieden haben. Aber wir dachten, wir sind mental noch in einer besseren Verfassung. Und können das Ding noch nach Hause fahren. Und dann ging es wirklich in die Overtime. Ist das cool, ne? Ja, ich hab's gecallt. Aber wer hätte damit rechnen können? Zum Glück hatten wir es in die Overtime geschafft. Aber da wurde es ja erst richtig spannend. Beide verdienen Finale. Ein sehr faires Finale. Es ist ein sehr gutes Finale. Definitiv. Allein der Fakt, dass wir jetzt einen Designer in der Overtime haben, zeigt das ja schon, wie ebenbürtig sich beide Teams eigentlich sind. Nee, echt. Also wirklich, wir waren so durch. Wir haben direkt, also... Aber, ja. Und... Und was da dann noch kam, das war echt... Das hat uns dann noch mehr aus dem Leben genommen. Oh ja. Runde 1, der ersten Overtime. Oh mein, Jim Spositor. Hat der, aber nicht gesehen. Der eigentlich hinkst es an Medo. Oh, aber genau der Molotov da rein. Und Trallen hat den Hurt gefressen. Und jetzt beide, komm! Oh, und damit ist es die erste Runde für Team Pinkhund. Ach, du Scheiße. Auto-Tucker bei Lumat. Oh, Trane. Du kriegst ja auch den zweiten. Ich glaube, die Auto-Tucker. Weil Auto-Tucker auf City-Side lässt du runter gar schon... Oh, wäre schön. Oh, jetzt. Wir sehen wir die letzte Runde der ersten Hälfte der ersten Overtime. Oh, Milo. Ja, die Arbe. Oh, oh, kein Weg. Wir sehen die M2-P9. Kevin, wo bist du? M2-P9, der geht garantiert in der Kampfaufschule. Oh, guck mal, weil der steht rein. Und der kriegt den Frick. Und da steht Medo auch noch. Aber Medo hat er. Medo kommt von hinten, oder? Ja. Er sollte aber nicht peaken, glaube ich. Das finde ich so schlimm. 11.9. Oh, was? Tredo hat zwei Match-Points. Wenn sie unbedingt ein Remis wollen, können sie uns am besten noch gewinnen. Das Ding, als Anadox zu gewinnen, wäre richtig heftig gewesen. Aber in dem Moment dachten wir uns halt einfach, wieso sind wir nicht das Remis eingegangen? 11.9. Mein Gott, was ein Decider. Was ein wütiges Finale. Scheißendreck. Und Luma hat schon wieder mit der M2-P9. Oh, beide Teams sind natürlich jetzt nervös. Für die einen heißt es nochmal vielleicht verlängern. Für das andere der Sieg. Jetzt kommt eine hohe Flashbank. Lui wurde aber nicht gefordert. Brennen wir jetzt rein. Die M2-P9 wird durchgehalten. Du hattest den ersten. Das ist Trallen. Trallen kann es closen. Mit die A für den K. Also durch zu werden. Oh. Oh. Mein Scheiß. Deine Pixel, Alter. Alter. Ja, und jetzt wird Trallen verrückt. Jetzt wird Trallen einfach nur noch. Der will es einfach nur. Der will einfach nur, dass es vorbei ist. Er hat 60 Sekunden Zeit. Fakt einmal. Fakt. Zieht jetzt aber durch. Zieht durch. Oh, stoppt erst. Trallen hat 6 HP, Alter. Ja. Oh, 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 oh. Ein Pixel. Erster Matchpunkt vergeben, Alter. Was für. Ey, wenn es jetzt noch mal Overtime gibt, Mann. Nee. Bisschen. Das schaffen wir auch hier nicht mehr. Eieiei. Jetzt wird es spannend. Schafft es Team Tredo jetzt die Match zu closen? Auf jeden Fall ist die M2-P9 nicht da, wo die E-Menschen sind. Wenn Luma ist da, fielte ich meinen ersten Track anfangen. Das muss zu mir, du, Klausel. Oder es geht in die nächste Overtime. Krieg ich den ersten. Krieg ich den ersten. Er hat keinen Schaden genommen. Er kann jetzt auf Range spielen. Ja. Aber. Weiß er, dass das... Er weiß es. Er weiß es. Ich glaube, er weiß es nicht so wirklich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, nach der ersten Overtime, keine Ahnung wie, stand dann immer noch kein Sieger fest und wir waren einfach alle so fertig. Meine Hände haben gezittert, ich hatte Kopfschmerzen. Luma war total fertig, auch Team Tredo war fertig. Alle waren fertig vor diesem ganzen Game. Es war schrecklich. Das Match war immer noch nicht zu Ende und wir haben schon vier Stunden Counter-Strike gespielt. Ab dem Zeitpunkt wollte ich nicht mehr, aber zum Glück hat sich dann Team Pinkhund dann auf ein Remi eingelassen. eingelassen. Wir haben vier, fünf Stunden lang nur CSGO gezockt und das auch so richtig intens, weil man halt klar gewinnen wollte, aber am Ende war dann die Energie einfach weg. Und da haben sich die Teilnehmer echt darauf entschieden, dass es dann noch ein Prämie gibt, ne? Und ja, und das nach so langer Zeit, ehrlich. Aber es ist besser so, als dass wir jetzt heute noch da sitzen würden und warten, bis es klappt. Ich finde es auch ein bisschen schade dann in dem Moment, dass wir dann echt es ein bisschen unbefriedigend dann so lange ein Turnier gemacht haben und nicht mehr zu wissen, wer es der beste Silber-Spieler-Leuchstund ist. Okay. Ja. Das waren nach... Mal kurz die Kamera halten. Oh Gott. Nachdem das Siegstumf gegen 21. Da haben wir noch mal geiles Outfit gesehen, das kann jetzt nochmal schön... Was hier und hier? Ja, kommen wir beide. Beide sind heute hier in kurzer Hose und allem. Ja, bei dem Wetter war das wichtig. Ja, und dann war es zu Ende. Also, wie fandest du es, Max? Ich fand es super geil. Mir hat es Spaß gemacht zu casten. Die Matches waren super spannend. Das war es auf jeden Fall. Also es hat unfassbar Spaß gemacht. Ich habe noch nicht so viele Viewer auf meinem Twitch-Kanal. Ich hatte über die sieben Stunden einen Schnitt von zehn Viewern, was echt, echt krass ist. Also vor allem für mich. Also ich habe normalerweise maximal so zwei, drei im Schnitt. Aber ich finde zusammenfassend kann man einfach nur zu dem Turnier sagen, dass es mega geil war. Auch für Lumot und mich. Weil wir sind als Underdogs bis ins Finale gekommen. Das hätte wahrscheinlich niemand gedacht. Wir selbst auch nicht. Wir waren sehr überrascht. Für mich bleibt da nur noch eine Sache zu sagen. Und zwar nächstes Jahr gewinnen wir. An sich fand ich es auch gut. Also die Produktion, alle haben mitgemacht. Alle hatten Bock drauf. Da auf jeden Fall nochmal ein Danke an alle Teilnehmer, dass wirklich sich jeder auch an die Abmachung gehalten hat. Nicht schon vorher irgendwie Veto gemacht hat oder so. Danke auch an Joni für die ganze Regie. Ohne denen wäre das nicht möglich gewesen. Definitiv. Ganz großes Lob und ganz großen Dank an Joni. Nächstes Jahr gibt es dann hoffentlich einen Gewinner. Ein eindeutiges Team. Also wenn ihr nächstes Mal mitmacht. Nächstes Jahr gibt es kein Remis. Garantiert nicht. Hält euch schon mal ein. Tragt es euch ein. Nächstes Jahr im Sommer wieder. Die Brees Go Wingman Masters. Ja wenn ihr das ganze Turnier geil fandet. Wenn ihr auch teilnehmen wollt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Lasst ein Abo da. Auf jeden Fall hier unten auch Glocke aktivieren. Gerne schreibt einen Kommentar wie es euch gefallen hat. Und lasst einen Daumen nach oben da. Auf jeden Fall. Einsteigen die sagen. Tschau. Ja das war's mit dem Video. Aber ich muss nochmal Danke sagen. Nämlich natürlich einmal an alle Teilnehmer. Denn ohne Teilnehmer hätte das ganze nicht funktioniert. Und vor allem an Tedoui und an Trallen für die Interviews die da Bock drauf hatten. Für die Clips die mir geschickt haben von ihren eigenen Perspektiven. Das hat das Video ich würde schon sagen deutlich verbessert. Und natürlich auch an Joni für die Regie. Das hat so viel Arbeit leichter gemacht. Diese Aufteilung. Max fürs Co-Casten. Riesen Dank an euch beide. Wirklich. Dann muss ich meiner Schwester noch danken dafür, dass sie mich gefilmt hat. Und nochmal so ein bisschen auch an die Brees. Natürlich. Denn ohne die Brees Go-Teams die drei hätten wir es für nie auch nicht machen können. Außerdem habe ich noch das Ziel bis Ende des Jahres 300 Abonnenten zu bekommen. Also guckt mal unten und abonniert vielleicht mal. Weil das war's jetzt wirklich mit dem Video. Lass ein Like da. Lass ein Abo da. Anscheinend gesagt. Ciao.